Jo Leute, was geht ab? Euer Beatz heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder, welcher YouTuber ist das? Zusammen mit JustinPXLWLF. Moin moin. Moins. Moin, moin meine aktive Freunde. Herzlich willkommen. Moin, moin meine aktive... Wir können direkt starten. Wir haben heute wieder YouTuber an ihren Haaren erkennen. An ihren Schamlippen erkennen. Und ja, ich würde sagen, Justin, fang du an. Klicke auf mein erstes Bild und ich bin gespannt, ob du es direkt errätst. Okay. Okay, ist das... Ja, genau, der ist das. Ironic HD, Joke. Ist das hier Paola Maria? Oh nein, woher weißt du das, Mois? Ich habe es null erkannt, aber dann sind mir die Haare auffallen. Ich dachte, so Haare hat nur die deswegen. Amen, okay. 1 zu 0 für Justin. So, wir gehen jetzt weiter und ich klicke auf dein erstes Bild für diese Runde. Das ist echt leicht. Oh, ist das wenig crap. Nein. Nein? Hä? Hä? Hä, willst du dich verarschen, du Schwanz? Achso, ist das Dena? Nein. Hä? 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 Ist das Doktor Bagels? Ja. Ja. Nice. Alles, ich habe Frisur gesagt. Ich habe schon eine Frise. Okay. Ich gehe auf dein zweites. Ist das Izzy? Warte, ich muss das selbst jetzt öffnen, Mois. Ne, ist es nicht. Ist das Paluten? Nein. Oh, dann wird das wohl Dena sein. Er sieht wirklich aus wie Paluten. Nein, das sieht gar nicht aus wie Paluten. Das sieht aus wie Dena und ich wollte einfach nur zwei Versuche abscheizen, du Schwanz. Okay, ja, geil. 2 zu 0 für mich, du Schwanz. Was für 2 zu 0, Alter? Hä, wie viel steht es denn? Ich habe Dr. Banks richtig erraten. Und jetzt klicke ich auf dein zweites. Ja, okay. 1 zu 1. Okay, ist das Izzy? Ja. Ja. Sicher? Ja. Der Boss, Mois. Der Boss. Dein letztes ist das Jona Püschel. Nein. Hä? Boah, dann weiß ich nicht. Da musste ich aber auch an seinen Pullover was wegretuschieren. Das war nicht weiß. Da steht unten was. Ich habe nur meine Photoshop-Skills natürlich. Hä, du darfst nichts wegretuschieren. Ja, aber das hält man erkannt dann direkt, wer das ist. Wieso denn? Weil da was draufstand vielleicht und du das... Ist das Merch oder was? Ja. Nein, Spaß, man, das ist Jona, Mois. Echt? Ja. Da war irgend so ein Pullover. Hätte ja sein können, dass du das kennst, weißt du, dieses Motiv oder so. Deswegen habe ich es dann... Ja, und das habe ich bei Chrissy aber letztens auch gemacht. Da stand Supreme drauf und daran hat man das erkannt, du Schwanz. Ich habe ihn auch immer... Nein. Egal. Daran habe ich mich nicht erkannt, Mois. Trotzdem gefickt, du Keck. Oh, man. Ich muss auch dein letztes klicken, also bitte. Ich kann doch ausgleichen. Wie viel steht es? Drei, äh... Drei, zwei für dich. Ja. Ist das Mr. Moor Game? Nein. Safe? Ja. Hä? Ist da... Doch, das ist Mr. Moor Game. Das erkenne ich an den Haaren, Mois. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Okay, dann ist es Mr. Moor Game. Steht drei, drei. Leute, dann lasst ein Like, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, natürlich. Haha. Der Boss! Das war's mit der Folge, liebe Leute. Daumen nach oben nicht vergessen. Schaut auf gar keinen Fall bei Justin vorbei. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Daumen nach oben nicht vergessen. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Ciao, euer Beat. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.